Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for free. Wieder mit einem kleinen Waffentest. Ach, Test sag ich da schon. Mit einer Waffenfeststellung. Das war eigentlich eine telematische Waffe. Die geht 3.50. Ja, da sind wir. Jetzt bin ich noch Sharky mit der G53. Ach, du Scheiße. Wir haben die Niederlande. Wir haben die Niederlande. Wir haben die Niederlage erlitten. Das ist schwer. Jo, vielleicht können wir nochmal anfangen, ja. Oh, Credit 5. Hm, vielleicht sind wir immer zu unserem Sterbenswürde. Wir haben die Niederlande. Wir haben die Niederlande. Wir haben die Niederlande. Gut. Ja, die Niederlande. Äh, die Niederlande. Ja, immer mal wieder. Ähm, ja. Immer wieder gut. Gut, jetzt ist der erste Schritt. R-E-G8. Das geht ja gleich gut. Und das geht ja gut. Das ist ein Pernal. Der Typ spielt überhaupt nicht so groß. Der Typ spielt überhaupt nicht so weit. Der kann es nicht. Der Typ spielt überhaupt nicht so voll. Rang 10er, der ist schlecht. Oh, ich glaube ... Ja, wir sollen es reinmachen. Ja, denn derzeit mit 5.000, kommt, ja. der Schaden der G53 ich sehr gerne vielleicht auch daran dass sie eine Reichweite von Lang hat das war mal bei einer Pedierer für... was heißt denn? und ich hab jetzt die Mp7 mit dabei ja ja ich bin dabei dabei mitgekehrt er er war da eben gerade präzision natürlich auch hoch da haben wir noch äh er war extra da ist die die das ist das was das sehr und sie sind auch nicht du bist du kein Fall wir haben uns die Waffen nämlich auf einem sehr guten Weg gekauft schönes Pack haben wir uns gekauft ja wir haben uns ein schönes Pack gekauft mit 10.000 Pfund sehr sehr günstig sage ich euch sehr sehr geil ja das ist sehr sehr geil aber auch noch weibermechs alles gekriegt dazu und ja weil er gibt es dazu nichts zu sagen ich bin das sehr gut das Pack ich war das Grabs mal angeboten und ja super angeboten ich bin ich bin ja so möchte ich das haben ja ja den Kahn das beste draus es das hätte ich nicht gedacht bei auch ich da die Köln ja ich 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 nicht hier das Spiel die Überzeugung So, diese Scheißbombe jetzt mal einschaffen können. Was? Ach Misd, ich hätte vielleicht länger dabei gewonnen. ich weiß nicht, werden ja gleich Dutzend Leute kommen ich bin ja überhaupt nicht drauf vorbereitet das ist echt scheiße Leute kommt, helft mir doch bitte mal ja ich hab's geschafft das heißt trotzdem sind wir auch verlieren weil wir schlecht das sei die Begründung die ihr so hinnehmen müsst wenn er nicht wollt ich weiß nicht mehr das Wurscht schlecht 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 nicht schlecht sind nicht nicht ich bin du hast du und wir haben in der sich die kann man ich bin ein sachen und so aber bei ihr meint ihr seid die dritte ich sag euch einst die dritte 50 mit die sieben in einem Team das geht ab ich sagt euch ich habe auch das Gefühl weil ich schlack Teilnehmer ich gehe zuvor bei Arsport mit jetzt mal eine Eingelung in der Kirche ich kann jetzt kann so ich bin entschuldigt die Sini die Kirche abgeschossen k k k k k 4 die Speer auf dem Ort über alle Wunder ich nicht denn die Dinger natürlich die okay b k k jürgen auch gar nicht Schatz 3 3 3 3 3 3 die auch zu schön gewesen und auch vor allem 5 86 müsste ich glaube ich das sind auch wohlgemerkt ich sage 1 warum bin ich jetzt Stieb die das Team wechseln nicht nicht aber wieder allein das war die das was sie kristin über den kommentar und der Witzelreiser Alex an der Klinie es ja zufrieden hat sie Ehe so ein Wichser die 2 ja das 3 8 und ja das ist auch wiederholen 3 ich habe zu dem Team geschickt was schlecht ist das ist doch und ich habe mich noch so sinnlos dagegen um ein ab und die Kinder was LLG die ja das ist der Typ von vorne nicht die zwei mal Nein, ich hasse dich! Das ist der Spinner von Gott. Mach die, mach die! Ja, der LFG, such eine schule Ratte, ey! Ich hab mein Punkt schon fast lange mal. Ah, 1100 Punkte, KD! 6 zu 3, Scheiße! Mann, ey! Das ist doch zum Rotzen hier! Ich hasse Rush und wir haben nur noch 19! Mann, ich bin über den schlechten Teams! Es ist nie so... Ja, ich ist ankotzt! Oh, Park könnte ein bisschen länger dauern! Ich mach da noch ein Game, Alter! Ich hab überhaupt null Lust! Immer den gleichen Kack hier mitzumachen! Ich will mal gewinnen! Eko ist im Arsch! So, Leute, jetzt macht er endlich mal was, ey! Jetzt, nein, nein, Sniper! Oh, ho, 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 ho! Uuuh, sie haben die erste Folgestation, nein, genau! Wann ich nicht mal was! Dann endlich mal was! So, ihr Juden kommt! Ach, was? Oh, ha, ha! Ha, ha! Iike, eh! ich bin ich gar nicht er hat ja mal klar gemacht oder so weiter und da oben ist ein erhältlich was ich kann mit 3 zu 2 in Führung gehen Farmer's Wixer! Farmer's Wixer! Unter die Tonne! Nein! Nein! Es ist keine Farmer! Es ist eine Münderwerde-Schiff! Nein! Ich will früher jetzt gleich bleiben! Fuck! Scheiße! Der D ist bestimmt richtig kacke! 7-3 läuft doch! Alter! Der beste von uns hatte wirklich 2.600 Punkte! Edit Gay hat nur 1,719! Oh, so viermal gekämpft! Davor dreimal wollen wir! Oh, ich find das so lustig! Jetzt hab ich grad irgendwie Spaß am Spiel! Keine Ahnung warum ich hab Spaß am Spiel! Yeah! Ich bin kein Team! Ich bin so nice! Oder? Oder? Edit Gay ist wieder ein Team! Scheiße! Ja, weil wir grad sagen, war, brennen! Und da ist irgend ein Wixer dabei, der hier grad wixst! Oh! 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 Oh,爆! Das tut immer noch weh! Das tut immer number weh! Und jetzt wanna schw- Oh! Oh, Mensch ja! Oh! er ist ich will nicht gehen k war war neue die die aber die kleine Worte die wir hatten und ehrenjahr an den Papal X ja er das war schlecht das tut mir leid ich habe das mal gar nicht Und auf der Falle. Komm mal. Wir sind hier. Wir sind hier eigentlich nicht. Wir sind hier. Hier, wir sind hier. Nein. Komm! Ach, Junge! Och Manni! 8 der erste 744 Punkte der beste ich bin dritter mit 480 nicht dass wir schlecht sind nein wir sind Massenab gut deswegen haben wir so eine schlechte äh so schlechte Leute na komm na komm ach kacke muss ich mal irgendwo hinrät haja Hilfe wird komplette Front hat sich wieder vor uns aufgebaut hier die Autos und Kanonen und den Scheißgelumpel hier und Granaten und wir sind jetzt zu 14 und der Beste hat 786 Punkte Junge nach einem Spiel wo wir schon von hunderten Angriffspunkten schon 40 verloren haben das ist schon so gut wie die Hälfte lasst euch einfach mal so auf das Hunde zergehen wir sind schlecht und ich hab 630 Punkte und bin auf dem dritten Platz vorangeschritten und jetzt hab ich den Fein eliminiert 700 oh ich glaub der hat sich verbessert auf 600 860 Punkte ich weiß das ist ein sehr geiler Wert ich weiß ich kann ich kann es soll jetzt ich kann ich wollte und ich bin zu uns 960 und ich werde schon ich aus dem Spontum rauskommen ich bin es langsam nicht mehr lustig FK Arzt das ist ja so minderwertig das ist ja nicht mal die Uniform die Anpassungen des jeweiligen Spiels die ignoriert sich einfach FK 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 m r r die 4 zu 6 da haben sich er damals schmutzeln ich kann und jetzt haben sie auch woher es geht jetzt gehen sie ab hier kurz vorhin die Spiegel hohen zu haben jetzt machen sie das ist nicht nur noch um sie ja weiter ja wir haben auch gewohnt jüngst ja 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 aber ich kriege die geil Jungs ihr seid ja mittlerweile es geht weiter die Kampfe und die Junge es ist doch rasch das sind verschiedene Stationen innerhalb von hundert Punkten nein ich bin jetzt am ich bin ich bin ich bin ich bin jetzt geht es auf einmal ab die Judenalter wie im Gaskanister jetzt geht es auf einmal los hier wie ich jetzt abgehen hier wie schmutzgatze auf au nice wir haben es geschafft ne 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 ein das ist das Verkennung die Domingo Dominikus ich muss sagen Dominikus Arschloch ich bin ich bin so jetzt hat man erst mal die Stärke der G3 50 gesehen also da sag ich bloß auch ich bin 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 mit die l die 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 ich weiß nicht dass ich nicht aber ich habe ja auch keine für was ich bin das ausgerastet dafür läuft das schweigt das präsentiert kopf er hat einen reichen Magazin mit weiter aber Auer und er hat er und damit man zwei und die was ich manchmal nicht kann und daher ist das es gibt nicht ich bin mir heute nicht mit mir da 3 okay die die genau und ja ich ja ja ich kann nicht gegen drei Leute machen ihr Loser noch naja ich kann nicht die Kälte machen der Karten ich hab die Mg 3 2 dann ja keine Ahnung an die 10 zu 11 ich aber ich ja erst wieder reinkommen das war auf jeden Fall länger als ich auch so viel und jetzt ist die ARF 94 Abagant doch kommt gut auf die die er hat nicht mehr klar trotzdem haben sie sich auswählen ich nehme aus diesem Ort fünf Stunden war er mann das war stehen aber auch 2 man muss er wird Reiterberg in Kostetjab wenn man da ändern möchte nun und Kanschel auch auch die 90 der Fondock die ich bin drei die Jahre 2 3 KD ohne Witz ja das ist dann doch mit ich habe Laufgabe Laufgabe lieb ja ich weiß doch auch nicht das ist die das ist in uns ist es mir lieb dann machen wir mal vor nicht Jo Leute holt rein